Sehr ganz herzlich wieder gegrüßt, mein lieber Zuschauer, mein lieber Leser. Das nächste Wochenhoroskop steht wieder zur Verfügung für die Woche vom 27.05. bis zum 2.06. Und schon sind wir im Juni. Der Spruch der Woche lautet Aufgepasst! Es geht nicht ganz ehrlich zu mit Merkur-Jupiter-Neptun-Spannung. Die Liebe bekommt mehr Leidenschaft, Klarheit und Seelentiefe und am Himmelfahrtstag wird es aufregend. Unsere Sonne, der Persönlichkeitskern im verspielten, unruhigen Zwilling, bekommt in dieser Woche keine Aspekte, sodass sich die Sonnequalitäten hier voll entfalten können mit der Zwillingsmanier. Es darf also geflirtet und fröhlich kommuniziert werden über alles, was so gerade interessiert. Diese Sonnenenergie verführt dazu, Dinge und Angelegenheiten etwas zu leicht zu nehmen. Ich möchte an der Stelle gleich, bevor ich die anderen Wochenaspekte jetzt beschreibe, da noch darauf eingehen, wie sich die Tagesenergie am Himmelfahrtstag gestaltet. An diesem Tag steht die Sonne in Verbindung mit unserem Gefühlsanzeiger Mond. Er steht am 30.05. unserem Feiertag im feurigen, impulsiven Widder und er bildet den gesamten Tag eine Spannung zu Saturn-Pluto, zum Behördenzeichen Steinbock. Das ist eine sehr emotionale Verbindung direkt am Himmelfahrtstag. Hier ist es jetzt wichtig, sich selbst gut unter Kontrolle zu behalten. Es betrifft sowohl den männlichen und den weiblichen Part. Es geht um die Themen von Macht und Ohnmacht. Verletzte Gefühle und auch aufgestauter Ärger können in so einer Phase an die Oberfläche fluten. Meistens trifft es dann unschuldige Beteiligte. Und auch Saturn in Spannung zum Mond kann dann in nüchterner Manier dem ganzen Aufruhr mit Macht und auch Kalkül entgegenwirken. Es ist also an dem Feiertag wirklich wichtig, auf sich selbst Acht zu geben und auch zu schauen, wo und mit wem bin ich unterwegs. Der Mond beschreibt auch wieder, wie ich das schon öfter mal erwähnt habe, unsere Volksseele. Und da kann man schon ganz unvermittelt in einer illustren Gesellschaft in Situationen geraten, die dann vielleicht nicht mehr so gut unter Kontrolle gehalten werden können. Unser Mond steht an dem Tag auch mit dem rückläufigen Jupiter im Schützen in Verbindung und damit kann es schon mal zu einer Art Glücksrotterveranlagung kommen, dass man sich so verhält, was kostet mich die Welt. Die Neigung zur Übertreibung ist also sehr hoch. Und Pluto und Saturn in Spannung dazu repräsentiert dann irgendwo auch den langen Arm des Gesetzes, der Behörden. Tja, einige andere Aspekte in dieser Woche unterstreichen dann diese Situation auch und geben jetzt das Potenzial, momentan die fließenden Kräfte etwas zu entschärfen. Das ist natürlich dann auch gut. Unser Denker und Planer Merkur in seinem Herrschaftszeichen Zwillinge bekommt dann in dieser Woche einiges an zusätzlicher Denkarbeit geliefert. Er wird jetzt von unserem rückläufigen Glücksplaneten Jupiter in einem herausfordernden Winkel aspektiert und damit sind jetzt die Nerven auch sehr stark angespannt. Es wird viel geredet, was allerdings nicht unbedingt zwingend der Wahrheit entsprechen muss. Und mit so einer Spannung kann man eben halt so sehr leicht den Bogen überspannen und den Mund unglaublich vollnehmen. Man kann auch mit geistigen Erschöpfungszuständen konfrontiert werden. Und Merkur, unser Geschäftemacher und Vermittler von Informationen, tanzt da in dieser Woche auf ziemlich dünnem Eis, würde ich mal so bezeichnen. Er hat auch noch eine Spannung zu Neptun, dem Verschleierer, und damit ist es also mit der Wahrheit jetzt nicht unbedingt ganz so weit her. Auch viele windige Geschäftemacher sind in dieser Zeit aktiv. Betrügereien und falsches Zeugnis stehen damit in Verbindung. Gut geeignet ist allerdings diese Zeit für Weiterbildung und zur Auseinandersetzung mit philosophischen und intellektuellen Themen. Ja, das ist jetzt eine allerhand Information gewesen, wenn ich das so betrachte. Wenn du da mehr gerne zu deiner eigenen Situation erfahren möchtest, kannst du das natürlich wieder ganz einfach bei mir unter www.berbel-roll.com. Unser Liebesplanet, der steht im sinnlichen Stier, in dieser Woche zwingend platziert zu Saturn und Pluto, dem Gesellschaftsplaneten im Steinbock. Dann steht unser Venus auch noch zu unserem Seelentieftauchern Neptun recht gut. In der Liebe sind also sehr tiefe und leidenschaftliche Verbindungen mit transformierendem Charakter möglich. Saturn will etwas Langfristiges und Beständiges ins Leben bringen. Man kann also in der Liebe hier auch Nägel mit Köpfen machen und sich bekennen. Und Neptun im förderlichen Winkel kann dann hier, verrät uns eigentlich mehr darüber, dass der Seelenpartner hier ins Leben treten kann. Oder wenn man bereits eine Partnerschaft hat, dass man sich dort wesentlich mehr verbunden fühlt und merkt, dass man da bereits einen Seelenpartner an seiner Seite hat. Da Venus jetzt auch, also hier bei Venus geht es natürlich auch um Besitz und um Geld. Und da ist ja eine Verbindung zu Pluto hergestellt. Und da kann es natürlich auch mit Reichtum in Verbindung stehen. Also gute Venus-Pluto-Verbindungen haben die Veranlagung, dass man tatsächlich reich werden kann. Jetzt muss jedoch dann immer geschaut werden, wie die eigenen Planeten dazu platziert sind. Merkur, wie ich weiter vorne jetzt schon angesprochen habe, steht ja damit in Verbindung. Und dadurch kann manches da nicht ganz so ehrlich ablaufen. Also Versprechungen vielleicht in der Richtung nicht unbedingt sofort auf diesen Zug aufspringen und mehr prüfen. Jetzt ist Mars, unser Energieplanet im Krebs. Der steht auch in dieser Woche weiter in förderlichem Verbund mit Uranus, unserem Revoluzzer. Und damit bleiben die Infos der vergangenen Woche natürlich erst mal weiter aktuell. Die Tatkraft und die Fähigkeit, neue Dinge in die Welt zu bringen, die ist immer noch sehr hoch, was natürlich super ist. Und Jupiter, unser Glücksplanet, steht weiter im Spannungsfeld von Neptun und entführt damit auch weiter in Traumwelten. Alles, was ich da in der letzten Woche schon dazu gesagt hatte, das bleibt weiter bestehen. Manche geglaubte, tolle Fügung ist vielleicht dann doch nur ein Hirngespinst und bringt nicht so viel, wie man vielleicht so erhofft hat und was einem versprochen wurde. Einfach mal schauen, wo bin ich denn gerade und mit welchen Dingen beschäftige ich mich gerade intensiv. Ja, wenn du da wieder mehr erfahren möchtest, brauchst du das ganz einfach nur bei mir unter meiner Webseite anfragen. Dann kannst du natürlich dort mehr Infos zu deiner ganz persönlichen Situation erhalten. Und an der Stelle beende ich jetzt erst mal wieder meine Ausführung und ich wünsche einen wunderschönen Feiertag und natürlich die nötige Umsicht, an diesem Tag zu schauen, wo mit wem ich unterwegs bin. Ja, und noch mein Highlight als Info, das Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2019 ist weiter bei mir auf meiner Webseite zu bekommen. Wenn du mit den Sternen weiter planen möchtest, kannst du das immer noch bei mir auf meiner Webseite erhalten. Klicke einfach auf das Cover, auf das Foto, direkt auf dem Coverfoto, dann kannst du das sofort bekommen, weil das führt dich dann direkt auf meine Kaufseite. Und deine persönlichen Horoskope, dein Jahrhushoroskop, das für dich, vielleicht für die Familie oder für deine Freunde kannst du wieder bei mir ganz einfach direkt über meine E-Mail-Adresse per Telefon oder auch auf meiner Webseite anfordern. Unter meinen Kontaktdaten ist das immer ganz leicht zu bekommen. Und auf der rechten Seite ist mal ein Rückrufservice eingerichtet. Wenn du dich da einträgst, dann melde ich mich innerhalb von kürzester Zeit zurück. Und danke für die Feedbacks von allen meinen lieben Zuschauern und Hörern. Das ist immer sehr, sehr schön von euch zu hören und auch die Anfragen, eure Kommentare auf meinen Seiten. Ich bin ja in allen sozialen Netzwerken vertreten. Und dort mit euch in Kontakt zu treten, mich auszutauschen, das macht mir immer sehr viel Freude, weil da erlebe ich mich auch, wie das Ganze sich so im persönlichen Leben widerspiegelt. Ja, und wenn dir jetzt mein Wochenhoroskop gefallen hat, dann abonniere einfach meinen Kanal. Und dann bist du immer innerhalb von kürzester Zeit ganz aktuell informiert über das Zeitgeschehen. Ja, und ich freue mich natürlich immer über ein Like hier unten auf meinem Kanal. Und wenn du von mir schon mal eine Beratung bekommen hast, dann freue ich mich natürlich auch sehr über eine Weiterempfehlung. Oder wer noch keine Beratung bekommen hat, dass er sich dann bei mir meldet, wenn ihn das interessiert. Ja, jetzt erstmal alles, alles Liebe von mir, Bärbel Roy, deine Astrologin. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für die kommende Woche. Ganz herzliche Grüße. Tschüss, bis zur kommenden Woche.